Herr Schinkwilz, bitte kommen! Herr Schinkwilz! Ordnen Sie folgende Konzentrationslager von Nord nach Süd. A. Auschwitz, B. Bergen-Belsen, C. Dachau, D. Ravensbrück. Das ist der Todesdrucker, das ist neu heute Abend. Und zwar kann man dieses Huhn nehmen und kann ihn, wenn man nicht weiter weiß, den Kopf hier abschlagen und überspringt somit die restlichen Fragen. Wir unterharten für alle! Vollkannasie! Vollkannasie! Ich bin traurig! Mama, das ist furchtbar, das Geschehen.